Der Stammheim-Podcast Ja, was soll das? Ein Stammheim-Podcast? Ich muss mich eben mal hierhocken, weil ich hab Playung. Inspiriert von anderen Podcasts, anderer Bands oder auch Comedy-Künstlern dachten wir uns, das können wir auch. Die Frage ist, will das jemand hören? Antwort, das ist uns egal. So sieht's aus, Jungs. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt und starten demnächst einfach mal. Was erwartet euch? Geschichten über die Anfangsjahre der Band. 25 Jahre, da gibt's eine Menge zu erzählen. Na klar, da kommt noch was nach. Das nächste Lied ist von Mireille Mathieu. Wir sprechen über die letzten Gigs und wir werden uns auch Gäste einladen. Interviews mit Clubbesitzern, unseren Tontechnikern oder unserem Pyrotechniker Thorsten erwarten euch. Kniet nieder, ihr Magen. Und natürlich wird immer mal wieder ein Musiker der Band dabei sein. Jetzt muss ich mich schon mal konzentrieren hier. Wir nehmen uns einzelne Alben von Rammstein vor, wie wir als Tribute-Band die Songs sehen. Und natürlich gibt's die ein oder andere Anekdote, aus dem 25-jährigen Band bestehen. Wir unterhalten uns über CD-Neuerscheinungen unserer Lieblingsbands und vieles mehr. Sekunde, ich bin gleich soweit. Die erste Ausgabe ist in Vorbereitung und wir informieren euch, sobald die Veröffentlichung ansteht. Boah, stinkt hierhin. Das gibt's doch gar nicht. Wört ihr denn hier geschissen zuletzt? Bis dahin eine gesunde Zeit, bleibt anständig und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in unserer Facebook-Gruppe oder auf www.stammheim-live.de. Rock'n'roll!